Musik Gut gestartet, aber weniger berauschend ist der Start ins Spiel, das erste Drittel. Nichts für Eishockey-Ästheten, deswegen sofort in den zweiten Abschnitt. Und dort sehen wir das erste wichtige Überzahlspiel aus Sicht der Kroaten. Zagreb im 5 gegen 4. Scheibe läuft gut, Söltic und es passt. 1 zu 0 für Zagreb, 25. Andy Söltic mit seinem zweiten Saisontreffer. Jan Seder in der Kühlbox, Neglic mit der Vorarbeit, der One-Timer von Söltic. Und Andre Katzettl an sich sehr sicher. Hier mit einem leichten Patzer. Und während die Tschechen noch nach der passenden Antwort suchen, hat Zagreb schon Neues anzubieten. Die Bären sowieso mit einer makellosen Heimbilanz gegen die Adler. Vier Spiele, vier Siege und im zweiten Drittel sieht es nach dem fünften Erfolg aus. 27. Schönes Zuspiel von Jeffrey auf Green Tree. Und überfällig der Treffer für Kyle Green Tree. Sechster Saisontreffer. Hat sich viele Chancen erarbeitet und erhöht nach 40 Minuten. Eienerμε Vielen Dank.